Im 20. Wiener Gemeindebezirk ist gestern eine 35-jährige Frau erschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut Medienberichten um jenen Bierwirten handeln, der durch einen Prozess gegen die grüne Clubchefin Sigrid Maurer bekannt geworden ist. Die Polizei hat das aber noch nicht bestätigt. Ich werde gleich hier in der Sendung mit Markus Dietrich von der Landespolizeidirektion Wien darüber sprechen. Was wir jetzt schon über die Tat wissen, sehen Sie im folgenden Beitrag. In einer Wohnung in Wien, Brigitte Nau, hat am Donnerstagabend ein 42-jähriger Mann seine Ex-Partnerin erschossen. Die 35-jährige österreichische Staatsbürgerin wurde zunächst mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß schwer verletzt in ein Spital gebracht. Sie ist dort allerdings ihren Verletzungen erlegen. Tatort war der Wienarskihof, ein Gemeindebau im 20. Wiener Gemeindebezirk. Gegen 20 Uhr ist laut Polizei ein Notruf eingegangen, dass ein Mann in einem Mehrparteienhaus eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz darauf folgte ein weiterer Anruf, dass ein Schuss gefallen sei und der Mann im Innenhof wachte. Die Frau wurde von der Polizei mit Schussverletzungen aufgefunden und war nicht ansprechbar. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Der Täter hat sich laut Polizei beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch im Innenhof aufgehalten. Bei ihm wurde die mutmaßliche Tatwaffe, eine Handfeuerwaffe, sichergestellt. Der 42-jährige Österreicher ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut mehreren Medien berichten, um jenen Bierwirt handeln, der einst einen Prozess gegen grünen Klubobfrau Sigrid Maurer anzettelte. Eine Bestätigung von Seiten der Polizei hat es vorerst nicht gegeben. Zum Motiv der Tat war vorerst nichts bekannt. Es handelt sich um die neunte Tötung einer Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner in diesem Jahr in Österreich.